Ein Film von Angelika und Axel. Mann ey! Was bisher geschah? Mr. T regelt das schon. Küss mich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Partnervermittlung. Partnervermittlung. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Hm, nein. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Oh Mann ey. Bitte warten. Ich heiße Angelika, aber alle nennen mich Angie. Ich heiße Axel, aber alle nennen mich Axel. Ahaha, du bist lustig. Hey Axel, na wie geht es dir? Sehr gut, danke dir. Wollen wir uns vielleicht mal auf einen Kapitel... Ja sehr gerne Axel, ich kann es kaum abwarten. Hey, flache ich weiß, wie immer bei mir aus. Ichарlige mich schon schreiten. Ja. Ockse. Hi Angie. Ich weiß, wie ich sage dich. Ja hau. Ange-i-denkend. Ja hau. 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 Ya za. Ja hau. Ja hau. Ja hau. Ja hau.